Oh, Blätten, ja. Oh, no. Aber Blätten, das wird nicht gut für dich heute. Äh, ja. Es geht 5 Minuten und 31. Titel des heutigen Videos, die Blätten-Show. Alles klar. Blätten, wieder mal erkenne ich mich selber in dir. Meine erste Fahrt mit dem Cup-Porsche sah ganz genauso aus. Blätten, ja. Geil. Oh, die Musik. Ach du Scheiße. Das sind 5 Minuten und 31. Nur im Cup-Porsche. Oh. Oh. Hu. 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 Ah, ja. Car on the left. Me on the left. Jee. Hör doch auf. Oh, was macht ihr denn? Oh, nein. Oder? Oh, okay. Okay. Sag mal, fahre ich LFM oder was fahre ich hier? Es hat keine LFM mehr. Das ist mir viel zu sauber. Car on the left. Me on the left. Ja, was denn? Ich bin Porsche Cup-Main-Fahrer. Wo bleibt der Content? Ich frag mich auch, wo der bleibt. Hallo? Ich hab so das Gefühl, dass Blätten sich in den nächsten 10 Minuten abseits der Strecke sich befindet. Nein, oh. Nee. 10 Sekunden wär's gewesen. Alter, hör auf hier. Irgendwas zu jinxen. Getitz, getitz. Getitz, getitz. Die Wurst ist so scheiße, Alter. So, Rizzo, darf ich jetzt weg? Den zünder jetzt in den Tornado. Nein. Alter, das war noch nicht geplant. Ich will das nicht. Wirklich nicht. Nee, nee, nee. Mach auf. Was? Geplant? Ich schwör. Ich schwör. Ich hab was geplant. Oh Gott. Ich meine eigentlich auch Scherz. Ich meinte das aus Scherz. Ich meinte das aus Scherz, aber zieht schon, währenddessen er das sagt, rechts raus. Blätten. Es tut mir wahnsinnig leid, mein Freund, ne? Aber Sherlock Dissingen verarschst du nicht. Ich meinte das als Scherz, ja? Okay, wir gucken. Ich hab die Wurst schon so scheiße, Alter. So, Rizzo, darf ich jetzt weg? Den zünder jetzt in den Tornado. Nein, du sollst du nicht... Na? Könntest du vielleicht gerade so noch mit Hängen und Würgen durchkommen mit dem Ding? Ich geplant, wirklich nicht. Wirklich nicht. Nee, nee, nee. Mach auf. Was? Geplant? Ich schwör. Ich schwör. Ich geplant. Oh Gott. Ich meine eigentlich auch Scherz. Na klar. Ich schwör, da war nur ein Scherz gemeint. Ich wollte ihm wirklich nicht wegdeifen. Mann, ganz genehm ab, bitte nicht mit rein. Das sieht wirklich scheiße aus. Das sieht wirklich scheiße aus, Blätten, ja. Das kannst du nicht mit reinlegen. Oder du nimmst nur den Unfall rein, ohne das, was ich davor gesagt habe. Das hat kein Elefant mehr. Das wird viel zu sauber. Oh! Oh! Oh, Moses, ich bin's. Ich will mich ja nicht selbst loben, aber das habe ich verdammt gut gemacht. Janski, du Penner, nimmst du einfach was aus der Vergangenheit und packst das drüber. Immer stark. Vielleicht kannst du ja noch dein Auto hinter mir identieren, dass es so aussieht, als wäre ich geschoben worden. Schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn, schieb ihn, ja, ja. Dann kannst du es reinigen, dann ist es okay. Oh, Janski ist aber auch einfach ein Content-Gott, muss man einfach sagen. Janski aber auch einfach ein Content-Gott. Da nimmt der sogar Blätten noch einen Schutz. Nur haben wir leider auch Beweise, äh, Blätten, was wirklich passiert ist. Boah, der war ein bisschen zu schnell. Du warst zu schnell, Bro! Boah, Alter! Ja, der schüttelt sich raus! Oh, Gott! Da musst du aber auch wirklich, du musst richtig auf Schmerzen stehen, wenn du den Porsche Cup im Regen fährst. Da musst du richtig auf Schmerzen stehen. Juggi, ich bin nur einzig mit auf dem Gras gewesen. Das ist halt wirklich, ich sag's, wie es ist, wenn dir damals deine Eltern mit einem Teppichklopfer, und ja, das gab's in den 80ern, den Arsch versohlt haben, weil du irgendeine Scheiße gemacht hast, hast du noch geschrien, juhu, geil, Alter, gib mir 20 Hiebe mehr. Gib mir einfach noch 20 Hiebe mehr. Und das ist so ungefähr das Level Porsche Cup im Regenfahren. Bitte tut mir einen Gefallen und macht das nie mit euren Kindern. Ich hab das am eigenen Leib erfahren, das ist wirklich nicht geil, einen Teppichklopfer auf den Arsch zu kriegen, okay? Und wir reden hier nicht von so einem kleinen Teppichklopfer, sondern wirklich so ein Ding hier, was aus diesem Scheiß-Essen getüdelt ist und einfach so lang ist wie ein Scheiß-Tennis-Schläger aus den 80ern. Das ist nicht geil, okay? Kommt da gerade raus, der Herrfin. Tschö! War mir jetzt trocken, oder was? Ja, ja, seltsam. Ich will nicht mit trocken starten, ja. Ich werd da gleich einfach in T1-Rennen rutschen und alles ummurmeln, Alter. Die Ankündigung ist da, die Zellteilung geht los. Boah! Alter, wie man ein Auto weggezogen hat. Oh! Er bremsst unter für, Ben. Bremsst unter für. Nein! Und einer, als schon weggespinnt vor mir. Ja, nicht nur einer. Oh! Und noch einer zwingt. Oh, nein, safe. Oh, nein, 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 nein. Los, Vorsicht! Ja, und der Faus ist weg. Oh, bitte lass mich vorbei. Danke. Oh! Oh! Nee! Was ist das denn? Hat sich gelohnt, dass er sich vorbeigelassen hat. Ist lange gehalten, auf jeden Fall eine halbe Kurve. Nein, nicht einschlagen. Okay, bin safe, bin safe, bin safe. Oh, doch nicht safe. Oh, ich kippe fast ein. Wie die an links, rechts, alle ins Ge- Oh, Aua! Nee, was soll das denn? Ist das eine Krise mit den scheiß Dingern, Alter? Was? Nicht eklig, gerade. Vor allem wegen, was soll das? Oh, mein Gott! Was ist das hier? Das ist doch ein bisschen was im Kri- Ist das krass. Oh, nein, 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 nein. Und rauf aufs Curb. Okay, hab alles in den Griff. Schade. Ja, der liebste, der sich... Oh, nee, oh Gott. Naja, du brauchst dann wirklich zum Überschuhen jetzt. Das ist auch so, mit Blätten seinen Betonfuß, ne, ist, glaube ich, der Porsche Cup auch nicht so das richtige Auto. Ich hab übrigens auch einen Betonfuß, deswegen ist mein Gaspedal so schwer wie manche andere Bremse, damit das, ne, also ihr versteht. Aber Blätten hat richtigen Betonfuß. Oh! Da gibt's, da gibt's nur kein Gas oder Vollgas. Nein, ich glaube, wie der den Fehler herkommt. Nein, ich auch. Ich bin einfach gerade aufgerutscht. Oh, ich nehm eine Abkürzung. Achtung, bitte. Dafür gibt's nicht nur... Nein, 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 nein. Okay, hab alles in den Griff. Für die Fans, wollte ich das einmal machen? Ich kann das nicht. Ich bin schon fertig mit meinen Nerven, Alter. Das Rennen geht noch 25 Minuten. Und am Ende ist das ein 5 Minuten 31 Video und Blätten ist eigentlich nur zwei Rennen gefahren. Blätten ist ein Rennen auf Monza gefahren und ein Rennen auf Nürburgring und das ist ein 5 Minuten 31 Video. Oh, nein, nein, nein. Ah, die Sonne kommt raus. Juge, was ist das denn? Das ist komplett doof. Ja, ich bremse T1 und rutsch einfach nur geradeaus. Ja, und die letzten zwei, die tot. Oh, was ist das denn? Über ein Millimeter Open Gas. Du hörst das immer so. Wenn er so richtig schön reindrückt, Alter. Das ist bei mir nicht anders. Hier jetzt. Oh, was ist das denn? Über ein Millimeter Open Gas. Was, hallo? Das Rennen ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, wird's auch gut. Aber das Gute ist ja, die meisten Menschen sind ja aktuell gewohnt, TC0 zu fahren. Das müsste ja eigentlich das Auto sein jetzt, ne? Oh, mein Gott. Einfach geradeaus durch. Da war er wieder. Das gehört in jede Kombination rein. Platz, Papa, kommt. Au! Mann, Alter. Der ist ein Auto verloren. Der hat mich voll abgeschossen. Oh, das wollte ich gerade sagen. Jetzt überleg mal. Blätten würde iRacing fahren. Der hätte doch überhaupt gar kein Safety Rating. Blätten wäre der einzige, Blätten wäre der einzige Mensch auf diesem Planeten, der es schafft von D wieder zurück in Rugi rein. Und das geht eigentlich nicht. Blätten würde es schaffen. Blätten würde es schaffen. Ich muss es gelten machen. Ich muss es gelten. Blätten. Blätten ist aber auch einfach, Blätten ist es auch einfach, ne? Das war ein Rennen in Monza und ein Rennen auf Nürburgring. Und Blätten hat einfach komplettes Video gekriegt. Und Jansky. Geil. Danke, Jansky. Das war wirklich fantastisch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020